Hallo liebe Gesegrinnen, hallo liebe Geseka, hallo liebe Nicht-Gesegrinnen und Nicht-Geseka. Willkommen am Freitag vor dem 1. Mai zum Rathaus TV. Ich habe euch heute wie immer Corona mitgebracht, dann einige Informationen aus der Ratssitzung, die gestern Abend war, und noch zwei Punkte Verschiedenes zum Abschluss. Da das eine ganze Menge ist, würde ich mich kurz fassen und das ein oder andere auch nicht in voller Tiefe heute besprechen. Wir stehen aktuell bei 58 positiv getesteten Fällen in Geseke. Der Kreis hat unsere 7-Tage-Inzidenz für 168 berechnet. Damit sind wir die Kommune mit dem zweithöchsten 7-Tage-Inzidenzwert im Kreis. Für die Bestimmungen rund um die Bundesnotbremse ist aber der Kreiswert relevant. Der Kreis selber errechnet den Wert aktuell für leicht über 100. Auf den Portalen, die überörtlich sind, das Landeszentrum und beim RKI, werden wir inzwischen mit unter 100 angegeben. Sollte dieser Wert länger oder mehr als fünf Tage in der offiziellen Zählung des Landes und des Bundes unter 100 sein, könnten wir am siebten Tage dann in den Bereich unter 100 dann auch kommen, was die Maßnahmen, was die Eingriffe nach der Bundesnotbremse angeht. Da würden wir euch dann aber informieren. Die Fälle, die wir in Geseke haben, verteilen sich nicht mehr ziemlich gleich verteilt aufs Stadtgebiet, sondern wir haben einen ganz, ganz, ganz großen Schwerpunkt in der Kernstadt. Wir haben nur noch ein, zwei Einzelfälle. Zwei Einzelfälle sind es, glaube ich, außerhalb der Kernstadt. Aber es füllen sich die letzten Löcher auf der Karte. Inzwischen ist auch das letzte Dorf, das bisher noch Corona, keinen Corona-Positivfall hatte, bei uns vertreten. Die Fälle, die wir haben, sind vom Alter her zwischen einem und 71 Jahren. Wir hatten in der Woche ja einen, oder das hatte ich in der letzten Rathaus-TV-Folge berechnet, einen Ausbruch im Flüchtlingsheim, im Schulzentrum im Süden, am Freistuhl. Wir haben jetzt ein größeres Mietobjekt, wo wir verschiedenste Fälle haben, ähnliche Größenordnungen, deutlich über zehn. Die Ansteckungen, die wir beobachten können, sind nach wie vor innerhalb der Familie. Und wir haben inzwischen auch zwei Ausbruchsherde, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber zwei Ausbruchsgeschehen, die am Arbeitsplatz beim Arbeitgeber stattgefunden haben und aber auch entdeckt worden sind bei den jeweiligen Arbeitgebern und bei den Arbeitgebertestungen. Damit komme ich zum nächsten Punkt bei Corona. Das ist der 1. Mai. Klassischerweise wandern wir ja am 1. Mai. Die Mai-Wanderung, die kann dieses Jahr wieder nicht stattfinden. Wer jetzt von euch auf die Idee kommt, dann zu Hause zu grillen oder zu Hause eine Ersatzveranstaltung zu machen, Das funktioniert nur mit den Angehörigen des Hausstandes und einer weiteren Person. Mehr ist nicht erlaubt. Es ist auch vom Land aufgefordert worden, dass Polizei und Ordnungsämter da kontrollieren. Im Rahmen dessen, was möglich ist, haltet euch einfach an das gerade Gesagte. Dann gibt es auch kein Problem. Der nächste Punkt bei Corona ist wie immer da auch das Impfen. Wir sind nach wie vor in der Impfpriorität Nummer zwei. Inzwischen können alle über 70-Jährigen sich Termine holen beim Impfzentrum in Soest. Die Vorerkrankten mit der Priorisierungshochstufung können sich nach wie vor bei den Hausärzten impfen. Es gibt aber seit heute auch die Möglichkeit, dass sich Vorerkrankte, die hoch priorisiert wurden, in diese Impfpriorität zwei auch Termine im Impfzentrum machen lassen können, weil die Hausärzte noch nicht an die Impfstoffmengen kommen, um wirklich alle bevorrechtigt Hochpriorisierten auch impfen zu können. Wenn ihr so einen Schein von eurem Hausarzt bekommen habt, könnt ihr ab heute über die KV, nicht über den Kreis, euch einen Termin besorgen. Das heißt www.116117.de Dann macht der Kreis auch darauf aufmerksam, dass die Kontaktpersonen, die Schwangere benennen können, zwei Stück an der Zahl, die eigentlich bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen geimpft werden sollen, nun auch im Impfzentrum sich einen Termin besorgen können. Da macht die Terminvergabe der Kreis und hat dafür eine Webseite, ein Portal eingerichtet. Das verlinken wir euch da unten. Dann kommt das Thema Beerdigung. Wir hatten diverse Fragen zum Thema Beerdigung, da wir ja im Moment dann in dem Fall sind, dass nur 30 Personen an einer Beerdigung teilnehmen dürfen. Das ist so. Beerdigungscafé haben sich die Ordnungsbehörden im Kreis Soos drauf verständigt, weil das noch unklar ist, erstmal nicht stattfinden zu lassen. Das befindet sich aber in Klärung. Würde ich, dann würden wir in der nächsten Woche hier was zu sagen, wenn es vorher Infos gibt, aber auch auf unserer Webseite und auf dem Facebook-Auftritt dazu bekannt geben, wie der aktuelle Stand der Auslegung der Verordnung denn ist. Abschließend zum Thema Corona sind die OGS-Beiträge. Wir hatten ja im Laufe der Corona-Pandemie einige Male die OGS-Beiträge entfallen lassen zusammen mit dem Land. Das Land hat dann die Hälfte der Außeneinnahmeausfälle für die Kommunen gedeckt. Das hat es jetzt für den letzten Monat für den April und für den Mai nicht getan und ziert sich noch. Daher haben wir jetzt zum Monatsende für den April dann auch eingezogen mit deutlichem Verzug, weil wir immer noch gehofft haben, dass die Ankündigungen des Landes dann auch schriftlich bestätigt werden. Und wir würden jetzt in der nächsten Woche für Mai den Einzug des Geldes machen. Sobald das Land aber Bescheid gibt, dass es sich beteiligt, würden wir dann das Geld auch zurückbuchen. Ja, dann komme ich zur Ratssitzung. Da gab es einige Punkte, die ich jetzt im Schweinsgalopp mal durchgehe. Zum einen wurde diskutiert über einen Klimaschutzmanager. Da bietet sich eine interkommunale Zusammenarbeit mindestens mit Erwitter an. Da werden wir jetzt eine Stellenausschreibung mal zusammen mit den Erwittern formulieren. Dann ist noch mal und mal wieder über die vierte Reinigungsstufe diskutiert worden. Dann über einen Hundespielplatz in der Kernstadt. Den versuchen wir seit Jahren zu installieren. Da sind wir noch mal darauf hingewiesen worden. Dann haben wir uns über die Vergaberichtlinien, die Vergabekriterien für städtische Bauplätze unterhalten. Da gibt es ja eine Punkteskala, wofür man Punkte bekommt. Für einen Wohnort Geseke, für Kinder, für behinderte Kinder, für diverse andere Sachen. Da haben wir einen Beschluss getroffen, wie wir jetzt mit den nächsten zwei Baugebieten umgehen wollen. Dann hat der Kämmerer den Haushalt vorgelegt, um ihn zur Prüfung in den Rechnungsprüfungsausschuss zu geben. Es sind die Haushalte, einmal die Feldmarktinteressenten. Da haben wir das Jahr 2020 mit knapp 50.000 Euro Verlust abgeschlossen. Und einmal den städtischen Haushalt, der das Jahr 2020 vorläufig mit einem Gewinn von 1 oder mit einem Überschuss von 1,4 Millionen Euro abschließt. Ja, und dann haben wir im nichtöffentlichen Teil über das Schloss Ehringer Feld diskutiert. Da möchte ich aber auch zwei Sätze zu sagen. Das ist eingestuft worden als national bedeutendes Denkmal und hat deswegen auch aus Bundesmitteln Förderung bekommen. Die Baumaßnahmen konnten aber nicht zu Ende geführt werden. Wir haben die Eigentümerin aufgefordert, das zu machen. Sie kann dem im Moment nicht nachkommen, weil ihr die finanziellen Mittel fehlen, weil sie das Geld aus China nicht rüberkriegt, so dass wir jetzt in die Ersatzvornahme gehen als Stadt Geseke. Das heißt, wir beauftragen die Maßnahme und stellen sie dann der Eigentümerin in Rechnung und sichern uns dementsprechend auch ab, dass wir am Ende unser Geld auch bekommen, hoffentlich. Ja, abschließend dann die Punkte zum Thema Verschiedenes. Das ist einmal das jetzt eingebildete Bild vom Friedhof in Geseke in der Kernstadt. Da haben wir diese beiden Rondelle mauern lassen. Dort können zukünftig Urnenbestattungen erfolgen und der Name des oder der Verstorbenen kann dann auf diesem Rand eingelassen werden, aufgeklebt werden, weiß ich gerade gar nicht genau. Und wir haben ja in der nächsten Woche Gösselkirmes. Da möchten wir nicht nur hier dran erinnern, sondern wir verkaufen eine Gösselkirmestüte, die einen Wert von 25 bis 30 Euro hat. Die verkaufen wir für 15 Euro. Entschuldigung. Da sind die abgebildeten Herzen drin. Da ist ein bisschen Bier dabei. Da sind Fahrtchips dabei und gebrannte Mandeln und all das, was man mit der Gösselkirmes verbindet. Wie kommt ihr an unsere Gösselkirmestüte? Am Eröffnungstag, am Gösselkirmes Donnerstag in der nächsten Woche ist ab 17 Uhr auf dem Parkplatz des Jugendzentrums, des bisherigen Jugendzentrums auf dem Stifte, ein Verkauf eingerichtet, ein Drive-In-Verkauf. Ab 17 Uhr, wenn die Tüten weg sind, sind sie weg. Sie sind nur in begrenzter Stückzahl vorhanden, wer Interesse hat, am Donnerstag um 17 Uhr. Bis dahin und bis nächste Woche Freitag zur nächsten Folge Rathaus TV wünsche ich euch wie immer alles Gute und viel Gesundheit. Danke für heute. Lasst uns vielleicht mal wieder einen Daumen hoch da und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.